Schau nur, wir haben hier einige Überraschungseier. Lass sie uns in den Traktor laden und sie dabei zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und hier ist auch schon der Fahrer. Einsteigen, Motor starten und los geht's. Achtung, jetzt wird abgeladen. Lass uns gemeinsam zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt machen wir die Überraschungseier aber endlich auf und schauen, was drin ist. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf und hier. Und jetzt zählen wir gemeinsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und unser Schaufellader hilft uns sicher beim Aufräumen. Und unser Schaufellader. Und unser Schaufellader. Und unser Schaufellader. ... ... ... Vielen Dank.